Nach der totalen nuklearen Vernichtung könnte der Wiederaufbau unserer großen Nation nun ihre Aufgabe sein. Aus diesem Grund hat VOLTEK Trainingsfilme und Broschüren entwickelt, damit sie die sieben Attribute besser verstehen, die sie special machen. Heute geht es um Ausdauer. Wir alle sind vielen neuen und bisher unbekannten Gesundheitsrisiken ausgesetzt, wie Infektionen, dem plötzlichen Verlust von Gliedmaßen und natürlich schädigender Strahlung. Glücklicherweise hat ihre überragende Ausdauer ihren Körper in eine unverwüstliche Maschine verwandelt. Sie trotz schädlicher Strahlung und physischer Gewalt. Aber wie jede andere Maschine muss auch ihr Körper gepflegt werden, um in Schuss zu bleiben. Während normale Menschen nur mit alten Konserven durchkommen, verträgt ihr eiserner Magen auch Frischfleisch. Strahlenvergiftung hat ihre Leibspeisen unter Umständen vergrößert, was für sie mehr gesunde Nahrung bedeutet. Aber beißen sie nicht mehr ab, als sie kauen können. Ausdauer kann sogar neue Nahrungsoptionen eröffnen. Manche davon können gewöhnungsbedürftig sein. Vorbei ist die Zeit, in der sie zum Spaß trainieren. Stattdessen müssen sie jetzt Athletik mit Überlebenstechniken kombinieren. Je größer ihre Ausdauer, desto weiter kommen sie. Denken sie aber auch an die anderen. Steigern sie ihre Ausdauer, dann werden sie es schon bald besser an der Oberfläche aushalten. Selbstvertrauen im Schwimmbad kann kräftigere, robustere Gliedmaßen umgehen und das Fleisch anderer Menschen bieten. Lesen sie aufmerksam ihre Vortex Broschüren, um sich fürs Überleben zu rüsten. Und die Frage zu beantworten, wissen sie, was sie special macht?